Im Namen des Friedens In den späteren Phasen des Liquidationskrieges Italien besuchte unsere Häuser und Zelte. Mit den schlimmsten Mitteln der Unterdrückung, die der Kolonialverwaltung an allen Orten und in allen Altersgruppen bekannt sind. Unsere Leute wurden täglich getötet, verhaftet und auf der Straße ausgepeitscht. Regelmäßig in einem langen Prozess mit dem alleinigen Ziel, uns aus unseren Städten und Dörfern und unserem fruchtbaren Land zu vertreiben. Wir wurden als Auftakt zur Umsetzung der nächsten Phase des Vernichtungskrieges an den Rand der Wüste gedrängt.